Musik 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 Man sieht hier sehr viele taktische Eigenheiten. Sehen Sie zum Beispiel diese beiden privaten Träger. Die können sich selbst gegenseitig wenig tun. Die suchen eher nach anderen Zielen. Oh, der bitteren Stuhl an der Band der zwischen den privaten Träger. Und es ist vorbei, es ist vorbei. 5 zu 1 gewinnt in der ersten Runde das Team aus Großbritannien. Das Problem praktisch ist, dass die Briebinnen beides können. Sie können laufen und sie können auch statisch kämpfen, Schläge austeilen. Das ist ein unglaublicher Brot von Dieterlein Heiner. Ganz unglaubliche Aktion. Ich hoffe, dass ich Nikolai Verstolz macht. Aber auch so, auch so. Schließt immer noch 3 zu 1. Und wieder ganz, ganz deutlich. Und wieder ganz, ganz leer. Auch hier. Und wieder ganz, ganz viktigt. Ich bin noch nicht quick. Ich bin noch mein Mann. Und das ist eine gute Maßnahme! Bis zum nächsten Mal.